ja nur einmal im Monat Da, da, mit dem Unterschied, die Frau. Hab ich doch eben. Nee, es war schon so, jetzt wie eben gerade der Runde gedacht, ja. Und als Verteidiger mit Gravera, äh, als Angriff, der Anwalt, Verteidiger Gravera, doch, ist witzig. Nee, alles gut, passt schon, so. Übrigens, äh, was ich eben gerade sagte, die Frau, die sagt nicht nur, dass du schuld hast, die redet dir noch ein, dass du schuld hast. Das ist der Unterschied. Ja, Achim. Das ist so, ich gehörnwäsche vom Feinsten. Na ja, ihr weiß es nur von euch. Ja. Ja. Zehn Sekunden noch. Eingang präpariert. Nicht in den Ex-Bus-Radius kommen. Fünf Sekunden noch. Die Katze? Ja. Die Katze ist eine Bombe lokalisiert. Macht euch angriffsbereit. Hier ist ein Angriff. Ich war hier. Schau mal hier durch das Fenster. Schau mal hier durch das Fenster. Das war's für heute. Ich sag's, bei uns am Fenster, da wo das Jägerding in dem Raum ist, da ist es gerade bis in Action. Wie flachst du denn jetzt? Ja, natürlich. Gehst du bei mir eine Fahne dran? Hier links. Ah ja ja ja, okay. Bringt den. Doch, jetzt. Es flogen auf jeden Fall gerade zwei Drohnen in meine Richtung direkt. Ja, Werbegeschenke sind immer gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Den Bereich sichern, die Bomben weiterschützen. Die Tacheldraht bereit. Ich platziere eine AVS. Sehr willkommen zu Türen. Die Gegner haben eine Bombe entdeckt. Zum Angriff bereit machen. Setze Mine ein. 10 Sekunden noch. 5 Sekunden noch. Der Gegner hat eine Bombe lokalisiert. Macht euch angriffsbereit. Hm. Wo stelle ich mich denn so hin? Den Bereich hier? Ja. Die Gegner fülle ich ein. Razor-Kamad unter Beach. Razor-Kamad wird eingesetzt. vor allem rechten oase und schritte jetzt über mir in die richtung wir haben was schon reingefallen ja wahrscheinlich oben nicht die decke ja über uns oben nur mit hier ist einer doch die nomad nur mit pinge ich gerade die ganze zeit dies oben drüber jetzt gerade nicht mehr zu sehen doch da ist mission gescheitert und voll abgelehnt wir müssen eine bombe aufspüren was schon 10 sekunden bis zum einsatz 5 sekunden rück zur bombe vor und entschärft sie pfff jetzt mich nicht k k k Streichsprengsatz einsatzbereit. Claymore bereit. Lade Magazin. Sprengsatz unterwegs. SGS die Achillier. Jetzt können die sich nicht vor mir verstecken. Mit freundlichen Grüßen. FK Schärfer muss zurückgeholt werden. Hilfe! Ich rück mich doch nicht so. Geil! Oh! Verdacht! Ja! Na dann! War doch gerade der Herr Krause sicher! Hm? Wahrscheinlich. Aber ZZ ziemlich zügig. Hund! Der Herbert. Gerne damals geguckt immer. Nur Katze! Ja! 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 Oh! Sie haben einen Miut! Oh! Sie haben einen Miut! ihn schreien und entschärft sie! Ja! Ja! Wir ficken den Samyloß. Spezielle Ladung! Abschott halten! Die Drohne macht sich auf den Weg. Finde markiert. Ein riesigen verdammtes Loch! Kommt zu Wort! Gar nicht mal so unwichtig. Gar nicht mal so unwichtig. Ein Gegner verbleibt. Wo ist die scheiß Kamera? Da! Oder so. Schrotflinte wie Sniper und Sniper wie Schrotflinte. Sollte mal akzeptieren. Ja. Ciao. So. So. Da ist was. Da war sogar zwei. Bye. Die ist doch tot, ne? Oh, ne, die klebt noch. Wo ist die? Scheiße, ich hab die noch angeklebt, ne? Okay. Okay. Oh, Alter. Ach, das war ein Replikator, okay. Ich schrieb mich doch nicht so. Das, was hier war, ist tot? Das ist aber noch was auf der Treppe hier vorne. Schön, Marco. Aber vorher auf der Treppe war noch was, deswegen. Das hast du quasi mit deiner Kapkanfalle geholt, ich hab sie vorher ordentlich angehittet. Genau, wir gehen alle eine Raucher, auch die, die eigentlich nicht rauchen. So. Haben wir irgendwas Wichtiges? Nö. Abseits. Ich hab jetzt. Das war's. Also. Mach. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. 1. Vielen Dank.